Willkommen zu Leinebergland in Schlagzeilen. Wir starten mit einer tierischen Meldung. Eifelt, Hannover. Kater Mavisch aus Hannover war sieben Jahre lang verschwunden. Ein großer und schmerzlicher Verlust für seine Besitzer, die Familie Samast aus Hannover. Nachdem der Kater im Mai in Förste aufgefunden war und anhand des Chips identifiziert werden konnte, ist er wohlbehalten wieder bei seinem glücklichen Besitzer gelandet. Was blieb, war die Frage, wie Mavisch die langen sieben Jahre verbracht hat. Auch das ist nun geklärt. Denn aufgrund des Berichtes hat sich jetzt Thorsten Fischer gemeldet, bei dem der Kater zwischenzeitlich gelebt hat. Er hatte die Katze aus dem Tierheim in Basinghausen und sie dann später umständehalber einem Bekannten in Eifelt überlassen. Dort blieb der Kater aber nicht, sondern er tauchte später im Garten von Heinz Bartels in Förste auf. Dieser benachrichtigte den Tierschutzverein, mit dessen Hilfe dann die ursprünglichen Besitzer des Tiers ermittelt werden konnten. Wir bleiben im Tierreich mit einer guten Nachricht, nicht nur für Katzen. Koppengrave. Am Samstag, den 10.09.2016 ab 17 Uhr wird das alljährliche Heringsessen des Heimat- und Verkehrsvereins Hilzmulde Koppengrave e.V. an der Köhlerhütte in Koppengrave stattfinden. Entsprechend der Tradition wird es den selbst eingelegten leckeren Hering- und Pellkartoffeln dazugeben. Vereinsmitglieder melden sich bitte bis zum 3.09. bei Reinhold Heuer oder Heidemarie Storm an, damit eine gute Planung erfolgen kann. Gäste sind übrigens herzlich willkommen und zahlen für das Essen und die Getränke eine Pauschale in Höhe von 15 Euro. Hildesheim. Die Sparkassen-Arena erhält eine neue Bezeichnung. Als die Sparkasse den Vertrag mit der Gastro und Soul GmbH zum Namensgeberrecht der Arena an der Pappelallee nicht verlängerte, sprangen die Volksbanken Hildesheim, Lehrte, Pattensen und Hildesheimer Börde ein. Ab 1. März 2017 wird das Sport- und Veranstaltungszentrum zur Volksbank-Arena. Im Juli 2006 wurde die alte Sporthalle umgebaut. Seitdem verfügt sie über 2.453 Sitzplätze und 400 Stehplätze. Wir wollten auf jeden Fall die Halle für die Stadt und den Landkreis Hildesheim sichern, bestätigten die Vorstände der Banken. Gronau. Der Ratskellerplatz in Gronau wurde jetzt offiziell nach seiner Umgestaltung eröffnet. Bürgermeister Karl-Heinz Gieseler, Samtgemeindebürgermeister Rainer Mertens und Pastor Wolfgang Richter durchschnitten feierlich die festliche Gelände im Beisein zahlreicher Bürgerinnen und Bürger, die sich im Vorfeld des dann folgenden Gronauer Weinfestes auf dem historischen Ratskellerplatz versammelt hatten. Ilze. Gesundes Gemüse und Geselligkeit. In einem Schrebergarten geht beides. Von jungen Großstädtern als grüne Oasen und soziale Orte längst wiederentdeckt, weichen jedoch die kostengünstigen Gemeinschaftsgärten auf dem Land immer öfter naturfremden Flächen. Zu gering ist hier das Interesse am Gemeinschaftsgärtnern. Nicht so in Ilze. Hier hat der ehrenamtlich engagierte Flüchtlingshelfer Wolfgang Deutscher die ökologisch und sozial verträgliche Laubenkultur für ein interkulturelles Gartenprojekt wiederentdeckt. Mit 1.250 Euro übernimmt die Ilzer Kirchengemeinde die Kosten für den Ankauf von zwei Grundstücken und die Pacht für das erste Jahr mit der Option auf Verlängerung. Duingen. Das Pottland als Marke ist für uns ein Glücksfall, der uns immer bekannter macht. Bekannte Duingens Bürgermeister Klaus Krumfus beim Pottlandfest in Duingen. Der örtliche CDU-Verband hatte das erste Fest dieser Art in Duingens neuer Mitte veranstaltet und gleichzeitig ein neues Produkt vorgestellt. Ich wollte ein Produkt, das schon in historischen Töpferzeiten in der Region bekannt war, so Krumfus. Nach der Idee zu einem Fruchtaufstrich nahm er Kontakt zu Edithaupt aus Eddinghausen auf, die in ihrer Hexenküche verschiedene Fruchtaufstriche als Pottlandtöpfchen entwickelte und Krumfus die ersten Gläser zur Vorstellung auf dem Duinger Pottlandfest übergab. Leine Bergland. Zur Kommunalwahl 2016 erhalten wir von Leine Bergland TV derzeit viele Einladungen für Veranstaltungen, Diskussionen und Events, wie hier beispielsweise eine Veranstaltung der Leine Deister Zeitung in Gronau. Videos zum Thema finden Sie auf unserer Webseite www.leinebergland-tv.de. Am besten schauen Sie einfach mal rein. Zur Wirtschaft im Leine Bergland. Der Verein Region Leine Bergland besteht aus den Kommunen Eifelt, Delixen, Duingen, Elze, Freden, Gronau, Lamspringe und Sibisse und hat sich auf die Fahne geschrieben, unsere Region gemeinsam weiter nach vorn zu bringen. Zu diesem Zweck diente die Auftaktveranstaltung zum Thema Tourismus im Eifelder Faguswerk. An acht Thementischen erarbeiteten die Teilnehmer Ideen im touristischen Bereich und tauschten sich aus. Lob erhielt der Verein Region Leine Bergland, dabei auch vom eigens angereisten niedersächsischen Landwirtschaftsminister Christian Mayer. Das exklusive Interview mit dem Minister, das wir vor Ort geführt haben, sehen Sie demnächst in unserer Rubrik extra auf www.leinebergland-tv.de. Gronau. Zum zweiten Mal wurde Schülern der kooperativen Gesamtschule KGS Gronau die Gelegenheit geboten, sich auf einer Messe in der Schulsporthalle umfassend über ihre Perspektiven nach der Schulzeit zu informieren. Neben zahlreichen Unternehmen aus dem Landkreis Hildesheim und der direkten Umgebung waren auch die Universitäten Hildesheim und Hannover vertreten, außerdem unterschiedliche Institutionen, die sich mit dem beruflichen Werdegang der Schüler befassen, wie etwa die Bundesagentur für Arbeit. Auch das Programm Date Your Job war mit einem Stand vertreten. Organisiert hatte die Messe Jasper Elter, Fachbereichsleiter für Wirtschaft und Technik an der KGS. Eifelt. Am Samstag, dem 4.9. findet wieder der Tag der Ausbildung im Hause Fagos-Grecon statt, parallel zum Tag des offenen Denkmals. 23 Unternehmen haben sich in diesem Jahr angekündigt und stellen ihre Leistungen und Ausbildungsangebote der interessierten Öffentlichkeit zwischen 11 und 16 Uhr vor. Wir kommen zur Kultur im Leinebergland. An diesem Wochenende gibt es wieder allerhand zu erleben im Leinebergland. Am Samstag, den 3. September, steht das jährliche Weinfest der Duhinger SPD an mit Livemusik von den Niedersachsen. Zeitgleich findet in Brunkensinn das traditionelle Open Air mit den Bands Einbeckmitte, The Groove und Scanty Hedge statt. Im Seven Hills Club in Eifelt spielt die Lamm-Springer-Kult-Kombo Time to Play. Und wer sich gern im mittelalterlichen Flair auffällt, ist beim großen Seehuser-Fest am Samstag und Sonntag in Seesen genau richtig. Bitte beachten Sie aber dort die verschärften Sicherheitsbestimmungen. Ein Blick ins Internet ist vorab empfehlenswert. An dieser Stelle unser Appell an Sie, liebe Zuschauer, senden Sie uns Ihre Veranstaltungsinformationen. Wenn möglich, senden wir diese gern. Und zum Schluss der Sport im Leinebergland. Duhingen. Die Schwimmer des Duhinger SC waren an den vergangenen Wochenenden gleich zweimal bei Freibadwettkämpfen am Start. Beim Vierkampf des W98 Hannover im Listerbad gingen 13 Schwimmer ins Wasser. Insgesamt konnten 16 Podestplätze gezählt werden. Beim vierten Bockenemmer Kurzbahn-Schwimmfest waren die Duhinger Schwimmer mit 19 Aktiven angereist. Bei hochsommerlichem Wetter absolvierten sie insgesamt 85 Einzelstarts. Die Bilanz der Podestplätze fiel mit 33 Ersten, 14 Zweiten und 8 Dritten Plätzen sehr gut aus. Gronau. Allen Läufern, die sich heute auf die Strecke gemacht haben, gebührt Respekt und Anerkennung. Ein großes Lob gab es von Moderator Volker Senftleben für die Starter bei der 19. Auflage des Weinfestlaufes in der Gronauer Innenstadt. Der Sommer war noch einmal zurückgekehrt und sorgte dafür, dass die Temperaturen auf 36 Grad anstiegen. Aber das schreckte die Läufer nicht ab, sich dieser Herausforderung zu stellen. Lieber mehr trinken und dafür auf einige Sekunden verzichten, gab Bürgermeister Karl-Heinz Gieseler den Sportlern mit auf den Weg, der beide Startschüsse gab. Zunächst schickte er den Nachwuchs auf die Reise, dann versammelten sich die Erwachsenen zur 5- und 10-Kilometer-Distanz. Schon jetzt steht fest, dass es 2017 ein Wiedersehen geben wird. Der TSV-Weinfestlauf feiert seinen 20. Geburtstag und wird am 26. August gestartet. Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Meldung in eigener Sache. Viele von Ihnen werden ihn kennen, den unermüdlichen Vorkämpfer in Sachen Berufsorientierung und Sportlichkeit in unserer Region, Sigi Kraft. Sigi Kraft ist nun nach seiner schulischen Laufbahn als Unterstützer für Leine-Bergland-TV mit ebenso viel Elan im Einsatz. Sigi, willkommen an Bord. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.